Marie besucht die 4. Klasse Volksschule. Sie ist eine sehr gute und ehrgeizige Schülerin. Wie man anhand ihren Noten sehen kann, ist Deutsch ihr Lieblingsfach. In zwei Tagen findet der jährliche Elternsprechtag in der Schule statt. Ihr leiblicher Vater und sein Lebensgefährte besuchen die Deutschlehrerin, um sich über ihre Tochter zu informieren. Gegen Ende des Gesprächs erkundigt sich die Lehrerin, ob die Begleitperson des leiblichen Vaters der Onkel sei. Der Vater klärt die Lehrerin darüber auf, dass Marie bei einem homosexuellen Paar aufwächst. Daraufhin warf die Lehrerin dem Paar einen schockierenden Blick zu und kurz darauf wurde das Gespräch beendet. Seit diesem Vorfall verschlechterten sich Maries Deutschnoten sehr stark. Schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Das Geschlecht, die Herkunft, die Religion, das Alter, die sexuelle Orientierung und die Behinderung kann man sich nicht aussuchen. Diskriminierung hat viele Gesichter und kann uns alle betreffen. Die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg kann helfen, anonym und kostenlos. Einfach melden! 0676 87 46 69 79 Office at antidiskriminierung-salzburg.at www.antidiskriminierung-salzburg.at 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 www.antidiskriminierungsstelle.at 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 Untertitelung des ZDF, 2020